Okay, es geht weiter mit Donutzer King. Ah, okay, da waren wir, da waren wir, wir müssen jetzt hier durch. Ah, okay, das ist nicht mehr so groß. Meisterbuch, Handbuch. Okay. Hm, nehmen wir jetzt alles, was wir brauchen. Wie viel Geld habe ich eigentlich gebraucht? Oh, ein riesen Batzen Geld. Ich gebe dieses Fossil ab. Das kennen wir noch nicht. Alterinus. Eigentlich ein paar neue Dinus. Ähm... Ich wusste es. Kampf gewonnen. Okay. Hm... Wartet. Okay, wir haben hier Fossil wieder. Ist das das Richtige? Ja. Ich hoffe, jetzt öffnet sich die Barriere da unten. Äh... Und was jetzt? Kann ich jetzt durch diese Barriere? Nein, 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 ja? Und wie komme ich an diese Truhe ran? Ah, verstehe. Ah, verstehe. Hey, Mike, hast du es eben gesehen? Glaubst du, das war... Ja, das muss Dory sein, der Dieb, der das Ei des großen Vogels geschnürt hat. Hier hat er sie also versteckt. Hey, warte mal. Glaubst du, er hat das Fossil des Wachstums geklaut? Das war schon nicht Max. Los, gehen wir eben auf die Spur. Er ist bestimmt zu der Schottswurder gegangen. Nein, nur ich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist immer wieder... Dasselbe. Hey, hier ist niemand. Warte, da kommt wer. Hoffentlich ist es Dory. Hey, der tut nicht gut. Psst, wir lauern immer auf. Stopp, aufhören mit der Zappelei. Ha, 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 ha. Nicht so vorlich, ihr Racker. Ihr habt doch... Ihr habt den Falschen. Hi, Jungs, lange nicht gesehen. Holiday? Was machen sie denn hier? Ach so, das ist... Ah, okay, dann... Entschuldigung, dass ich ihn davor als Dieb bezeichnet habe. Ich war Dory auf den Fersen, aber dann verloh ich ihn. Er soll sich hier irgendwo versteckt halten. Allerdings, wir haben den fiesen Räubern mit eigenen Augen gesehen. Außerdem trafen wir einen Mann, der überfallen wurde. Da steckt sich auch Dory dahinter. Aha. Dieser diebische Dory nutzt diesen Ort als Lage für seine Beute, hm? Ich muss Beweise sammeln. Ich würde euch gerne um Hilfe bitten. Wird ihr mir um die... Wir helfen doch gerne. Ha, ha, ha. Ich muss das wieder... Warte, äh, warte draußen. Bitte folgt seinen Anweisungen. Wieder warte draußen. Willst du mich verarschen? Ich wette, er sagt uns Anweisungen, dann können wir erst hier durch. Das ist immer das Gleiche. Immer. Ganz ehrlich. Das ist ja ein klasse Spiel, das muss ich auch zugeben. Aber... Das Spiel hat so viele Fehler. Und die Beweggründe, um bestimmte Dinge zu finden, ist auch noch lächerlich. Hm... Äh... Und wo soll dein Kollege sein? Wo zum Geier soll er sein? Ich dachte, er ist vor der... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich hab draußen geguckt, ich hab ihn nicht gefunden. Und ich schaue hier, der Zaun ist weg. Ey, ganz ehrlich, dieses Spiel... Leute, ich hab da ne Frage. Gibt es seit kurzem irgendeine andere Definition für draußen? Weil draußen würde ich mal sagen hier, aber draußen... Äh... Spiel... Was macht ihr zwei denn hier? Hey, Scheibe Raffat, das war ne lange Geschichte. Wir haben gerade zufrieden Holliday getroffen. Er durchsucht den Raum, wo Donnie seine... Äh, ja... Wir sollten... Äh, ja... Äh, ja... Wir sollten das nicht tanzen, deshalb von der Spiel ist so klar. Yay. Äh, ja. Hm, hm. Ich bin zu jung zum Sterben. Was? Was? Ja, klar. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Kann mir hier irgendeiner das erklären? Okay. Da ist sowieso kein Bock mehr. Hm, hm. Kein Bock mehr. Ich werde jetzt noch dahin gehen, das, äh, der Vorständigkeit habe. Dann verpisse ich mich. Hm, hm. Hm, hm. Ach so. Das war der Ort, wo der Sheriff war. Hm, 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 hm. Okay, mir reicht's. Mir reicht's endgültig. Teleporter. Und was jetzt? Ach ja, ich wollte euch was zeigen. Die Frau hier gibt die gleiche Mission nochmal. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich... Nee. 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 Nee, nee, nee. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich hab mal einen Stern, das reicht. Ja, jagt ihn bis zu Ende der Welt. Hier habt ihr sowieso nichts zu sehen. Okay. Ähm. Hm, 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 hm. Komm. Den hab ich schon. Den schick ich auch gleich weg. Ooh, san. Hm. Da gibt's eigentlich nur noch die Mission mit dem Draht. Das werde ich auch noch gleich machen. Das habe ich auch schon Kamerasaurus... äh, wo ist ich da? Du besitzt nichts. Yay, das hört man ja gerne. Ich geh mal da einmal, um zu sehen, ob da irgendwie jetzt mein... ...Dinoman, der dir irgendwas dazu zu sagen hat. Weißt du was? Weißt du was? Du kannst mich mal. Ja, ich hab doch jetzt schon alle... ...haben doch alle getötet. Mann, was wollt ihr? Ähm... ...die müssen eigentlich nur in der Antarktis... ...dafür... ...um das Draht hier zu vervollständigen. Aber erstmal mache ich den Kontinent Afrika zu Ende. Das ist mein nächstes, das große Ziel. Ich hab mit denen jetzt schon gesprochen, ja. Stimmt. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Hm. Aber wozu... ...wo ist eine Karte? Hä? Hallo, wenn das nicht... ...so ne man das berühmten... ...ah. Okay. Und du? Und wo muss ich hin? ... ...kleiner. Vielleicht nicht, dass das so... ...ein tolles Wort ist. Was? Was? Ich möchte das hier für mich versorgen, wie man Danke sagt in anderen Gegenden. Ich bin sicher, der Bürgermeister in jeder Stadt sagt es dir, wenn du nicht fragst. Okay. Lernen wir mal andere Sprachen kennen. Ich dachte, du bist dein Bürgermeister. Wer ist der... Wer ist der Bürgermeister in dieser Gegend? Du? Kann ich in das Haus rein? Ist das nicht der Bürgermeister, oder was? Will das mich... Okay, ich werde das jetzt einfach mal machen. Der Dorfälteste... ...grosser Bürgermeister, Mann. Hm... Hmm... Meine Motivation ist so im Keller. Okay. Jetzt noch Antarktis, muss ich auch noch. Bürgermeister. Jetzt im Teufel ist der Bürgermeister hier. Hier ist der Bürgermeister. Dieses Spiel hat so viele Zeitquests. Und wer zum Geil ist hier? Der Bürgermeister. Kannst du mir das vielleicht sagen? Radu. 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 so mehr wichser im südteil der südringen überkürt den kurs vorgesehen ja machen wir und das schneide ich ihn schneide ich gleich rein